Komm schon! Perfekt! Oh Gott! Ey, ich hab's geschafft! Als du gesagt hast, ich bin rausgeflogen, ich hab gedacht, du müsst mich verarschen. Boah! Deswegen hat die Stamina nicht mehr funktioniert. Gott, verdammte Scheiße. Wie, wird's schon wieder hell? Nee. Oder warum wird das so hell? Weil wir uns gerade mal in 2 Uhr... Flieg! Oh, wie oft soll ich noch reindrücken? Hm. Meine Fresse, ey. So, da ist mein Schiff. Alter. Ach, stimmt ja. Ja. Ich hätte ja mal ein Vieh schnelles... Gut, dass ich jetzt noch mal ein Vieh schnell gegeben habe. Na toll, bei ihm hält's auch nicht länger. Ja. 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 Ah, wir sind es kein Gelegge mehr. Oh, hier sind ja viele Muscheln. Ich meine viele Perlen. Na gut, an die Muscheln. Halt mal. Nein, 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 da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, bin ja nicht bescheuert. Ich glaube, ich habe die Rekstra gesehen, oder was weiß ich was? Da ist mir ehrlich gesagt auch egal. Genau, bestimmt. Muss ich gleich nochmal eine Rüstung wechseln. Jupp, jetzt bist du rausgeflogen. Komisch. Das ist ja seltsam. Oh, oh. Du bist gerade bei... Oh, oh. Äh, meistens spawnen dann bei dir Fleischfresser. Ja, okay. Könnte es dir Glück haben. Wenn du Pech hast, kommt aber Megalodon und frisst dich trotzdem. Na dann. Wenn, habe ich nichts gesagt. Hallo Sydney, willkommen beim Stream. Ähm, ich höre gleich ehrlich gesagt auf. Ich wollte schon langst aufhören. Schon langst. Schon seit, ich glaube, zwei Stunden wollte ich eigentlich aufhören. Aber dann habe ich mir noch einen Mammut gezähmt. Und dann habe ich mir eben gerade noch einen Megalodon, so wie er, wie er das Tierchen heißt, noch, äh, 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 ne, gezähmt. Ja, das finde ich auch komisch. Aber na gut. Ist wieder da. Ja. Äh, ja, also ich habe jetzt seit... Oh Gott, wie lange ich jetzt gestreamt. Seit 19 Uhr, glaube ich, war es. Bis jetzt. Ich bringe gleich erst mal mein... ...Nagentaris weg. Dann zur Fleischfresserinsel. 200 Fleischzwammeln. Und dann fertig für heute. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich noch Beeren sammeln muss. Ach nee, vielleicht muss ich auch noch Beeren sammeln. Oh, Kacke. Na ja, das kommt doch von, wenn man sein Tierchen versorgen muss. Nicht wahr, Laguna? Okay. Endlich ankommen, ey. Wie lange es dauert, von dem Gebiet zum anderen Gebiet zu kommen, ist dort ja ewig. Hallo Gunas, positiv ist, mit Mammut kann man beides machen, in Bären und Holzfarben. Jupp. Ja... Beides eben. Hä? Was macht ihr unter mir? Ja... Alter... Alter... Das war ja komisch. Der hat gerade gesprungen, oder sah der sieht gerade nur so aus? So, jetzt werde ich meine Rüstung schon mal wechseln. Das war ja komisch. 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 Gasoline... über 100 mal... mitnehmen. Genau wie das hier oben. Ich glaub 70 Gasolinen lass ich bei mir. Kann ich dann für meins nutzen. Habe ich 300 nämlich jetzt gleich noch dabei und dann haben wir schon mal schön für den Stromgenerator schon genug. Ach stimmt. Der ist ja auf Folgen eingestellt. Jetzt soll vergessen, weil ich mir einer gerufen habe. Du bleibst da stehen wo ich es will. Ja, irgendwas war anders. So, da haben wir das auch. Da ist Sky Walze. Der war jetzt wohl wirklich alles nieder. Der hat ja schon wieder ein Level gehabt. Der hat bloß mal drei, du Arsch. So, was machen wir diesmal hoch? Ach, machen wir nochmal das hoch. Dass er 600 tragen kann. Ja. 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 Ja.